Hallo, ich bin der Nico und ich zeige euch jetzt unsere Baustelle hier am Nordbahnhof. Kommt's mit! Das Besondere hier auf der Baustelle Nordbahnhof 1 PC in Wien ist sicher die Dimension. Wir bauen hier über 430 Wohnungen, Büros und Geschäftsräumlichkeiten mit einem 20-geschossigen Hochhaus in 30 Monaten Bauzeit. Auf die Idee zur PV-Anlage kam ich im Rahmen einer Ausbildungsreihe. Da haben wir über das Thema Nachhaltigkeit diskutiert und ich habe mir gedacht, bei unserer langen Bauzeit und der großen Dachfläche, da steckt viel Potenzial für eine Photovoltaikanlage. Gemeinsam mit Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen haben wir dieses Projekt dann in weniger als drei Monaten umgesetzt. Seit wir die Photovoltaikanlage am Dach haben, bin ich hier auf der Baustelle auch Nachhaltigkeits- und Energiebeauftragter. Mit dem Smart-Mieter können wir unseren Energieverbrauch jederzeit auf dem Smartphone in Echtzeit verfolgen und analysieren. So entstand der nächste Themenkreis, nämlich die Optimierung unserer großen Containeranlage. Wir haben die Elektroheizungen mit Thermostaten aufgerüstet und eine Tag-Nacht-Absenkung eingestellt. In unseren Büro-Containern sind wir auf LED-Beleuchtung umgestiegen, mit einer Energieeinsparung um fast die Hälfte. Dass diese Verbesserungen mit der Photovoltaikanlage entstanden sind, darauf bin ich stolz. High Work on Progress bedeutet für mich, gemeinsam nachhaltig und ressourcenschonend bauen. Fortschritt beginnt mit dir.